Salve Atuti, ich komme gerade eben zurück von der Invest. Das war echt der Kracher, muss ich wirklich sagen. Das war wie ein Klassentreffen. Ich habe viele, viele alte Kollegen wieder gesehen, neue kennengelernt und da waren sehr, sehr schöne Vorträge. Es sind viele von euch auch zu mir gekommen, hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, hat mich echt gefreut an dieser Stelle schon. Aber über die Invest mache ich einen eigenen Film, denn da sind einige Dinge, die will ich mal rüberrufen, und die können euch vielleicht nutzen, sei das zu Trading, Psychologie oder was auch immer. Da mache ich einen eigenen Film zu. Heute geht es hier um den DAX, aber das will ich euch nicht vorenthalten. Hier, ich habe die Chance aufgegriffen und ich war ja bei NTV. Und wenn ihr auf NTV geht und drückt auf Börse, da seht ihr mein Gesicht. Tada, Achterbahnfahren an den Börsen, Zinsen schon an der Schmerzgrenze. Da geht es nicht nur um Zinsen. Ich sagte auch einiges zum Index selbst, was ich so erwarte. Dauert, ich glaube, was ist das, 12 Minuten 48? Habe ich mit dem Freddy Tilgen und mit dem Nikolai Tietze gemacht von Morgen Stanley. Das hat wirklich Spaß gemacht. Allerdings, muss ich sagen, die Geräuschkulisse in diesem Raum war immens. Also ich habe mal Angst gehabt, dass ich den nicht höre, was er fragt. Aber für euch als Zuschauer haben die den Hintergrund irgendwie rausgefiltert. Ich weiß nicht, wie man sowas macht. Ganz toll. Also ich bin zufrieden. Und nochmal, ich habe da Punkte genannt, die ich für wichtig halte. Geht auf NTV, drückt oben auf Börse und da ist das ganz neu drin. Damit gehe ich da wieder raus. Wir haben hier den DAX vor uns. Das erste vorab. Der von mir sehr oft verwandte Spread zwischen der Nasdaq und dem DAX. Und nochmal, die beiden haben nichts miteinander zu tun. Es ist einfach nur eine, ja, sag mal Bestandsaufnahme. Der war letzte Woche bei 3400 Punkten, war also der DAX höher als der Nasdaq. Der ist bis Freitagabend zusammengeschmolzen auf 2253 Punkte. Soll sagen, DAX und natürlich auch diverse andere französische Indizes haben heftigst verloren. Ja, aber die amerikanischen Banken, oder Entschuldigung, die amerikanischen Indizes so gut wie gar nichts. Und da sind wir jetzt dabei. Ganz kurz ein Wort zu der Bankenkrise. Wenn in Amerika da Banken pleite gehen, und das ist nicht wenig, ja, und das interessiert die Amerikaner kaum, bezogen auf den Index. Dann finde ich das interessant. Das ist erstmal ein Festschirm. Es ist allerdings so, dass der Biden hat ja versprochen, wir werden die Einlegergelder schützen. Das kann er zwar sagen, aber er braucht die Zustimmung des Kongresses. Die hat er noch nicht. Die kommt diese Woche. Diese Woche kommt auch die FED. Wird es ein Viertelprozent? Wird es ein halbes Prozent? Also so, wie sich Paul ausgedrückt hat, muss er ein halbes Prozent machen. Das ist meine Meinung. Das ist auch, glaube ich, eingepreist. Soll sagen, ein halbes ist eingepreist, ein Viertel wäre eine positive Überraschung. Und da weiß ich ganz genau, ich sage immer, dass mit dem Ping-Pong, Zins, Hoffnung, Zins, Angst, Hoffnung, Angst, Hoffnung, Angst, Ping-Pong, dann geht es wieder los. Oh, der macht nur ein Viertel, wir haben einen Zins-Peak. Das kann man nicht sagen, was passiert. Wir können aber auch nicht sagen, wird die CSFB übernommen, geht sie pleite, ist sie unter dem Schutz der Schweizer Nationalbank? Das wissen wir nicht. Ich glaube, das Problem mit den Bankenkursen, die wir hier haben in den letzten Tagen, hat nichts mit Silvergate oder Silicon Valley Bank zu tun. Das ist bezogen auf die CSFB. Ja, what the fuck? Sorry. Ja, entweder werden sie übernommen oder sie gehen pleite. Es ist, mir persönlich ist das ziemlich wurscht. Da haben wir ein Problem weniger. Ja, so oder so. Die UBS hat gesagt, es kann sein, dass wir sie übernehmen werden, aber wir müssen noch mit allen möglichen Leuten reden. Ich finde, die Korrektur der Banken, was jetzt mal Stocks, also viel Euro-Stocks und DAX angeht, ist teilweise zu viel. Ich habe also auch Deutsche Bank angefangen zu kaufen bei 9,70, 9,20. Ich werde alle 50 Cent nach unten was kaufen. Commerzbank genauso. Also, ich bin jetzt nicht so drin in den französischen Banken, also das ist mir jetzt eigentlich ziemlich egal. Da bleibe ich eher bei, hier im Ländle. Und Deutsche Bank, Commerzbank, ich fange die an zu kaufen. Manche Kursverluste der letzten Woche halte ich für übertrieben. Zum Beispiel auch Deutsche Lufthansa. Habe ich auch angefangen zu kaufen. Kaufe ich alle 50 Cent, kaufe ich was dazu. Meistens sind es in diesem Fall Aktien. Aber das kann man auch ganz genauso machen mit einem Schein. Also als Beispiel Deutsche Lufthansa. Ja, steht der letzte Kurs am Freitag so bei 9,51. Ja, dann rede ich von einem 7er Schein. Kein großer Hebel. Muss ich nicht. Und dann kaufe ich alle 50 Cent dazu. Deutsche Bank. Rede ich von einem 7er Schein. Kaufe ich alle 50 Cent dazu. Commerzbank. Das ist auch ein 7er Schein. Die sind weit weg. Weit, weit weg. Kleiner Hebel. Aber ich will die haben. Ich will die auch haben auf Sicht von einem Vierteljahr, halben Jahr. Auf NTV habe ich gesagt, ich sehe die Range bei 13.800 bis 15.800 bis zum 30.06. Da muss man mal weiterschauen. Aber guckt euch einfach mal das an, was ich da gesagt habe. Aber ich denke nicht, dass wir hier nennenswert runtergehen können. Der Markt ist vorbereitet, was die Indizes angeht. Viele, in den Gesprächen, die ich geführt habe, viele, viele Leute sind short. Und sagen halt dann, naja gut, Inflation, Rezession und, und, und. Verstehe ich alles. Ich kann mich dieser Argumentation nicht entziehen. Aber ich glaube, dadurch, dass viele short sind, ist der Markt vorbereitet und er wird nicht nennenswert fallen. Damit gucken wir jetzt mal auf den DAX, der hier vor euch liegt. Also, es sieht nach fürchterlich vielen Linien aus. Die schwarzen Linien sind die Fibro-Zahlen vom Low vom 20.12. hoch bis zum High. Jetzt kann ich folgendes machen. Dieser blaue Bereich, den wir also jetzt ein paar Mal da gehandelt haben, ganz kurz unterboten, aber letztendlich nie wirklich nennenswert unterboten haben in dieser Zeit, den nehme ich raus. Der hat keine Daseinsberechtigung mehr. Ich hatte hier diese rote Linie angelegt von hier, aber auch kommend von weit, weit dahinter. Die hat ihre Schuldigkeit getan, sie hat einmal wunderbar gehalten und dann ist sie jetzt ad acta gelegt. Die nehme ich raus und dadurch, komm raus, und dadurch ist der Chart ein bisschen sauberer. Freitag, Donnerstag, Mittwoch. Hat das 50er Rechacement von dieser Bewegung hier, also vom 20.12. bis hoch zum High, hat seine Schuldigkeit getan. Wir haben dreimal aufgesetzt, wir sind dreimal, einmal kurz mal hier drunter, wo war denn das noch? Das war bei 60, glaube ich, ne? Ja, 14.664. Jetzt sind wir mal kurz drunter, aber wir sind letztendlich drüber. Das ist das eine. Die hat gehalten, bisher gehalten. Jetzt geht es weiter. Die Bänder gehen auf, nach oben und nach unten. Wir schließen am Freitag unterhalb des unteren Bandes. Sie gehen auf, grundsätzlich von den Bändern gilt nach wie vor, bis diese Bewegung fertig ist, erst dann, wenn der Freund hier oben sich dreht, nach unten. Tut er nicht. Deswegen bin ich nach wie vor der Meinung, wir haben eher noch ein Risiko als ein Potenzial. Aber die Nachrichten, die wir bekommen werden in den nächsten, sagen wir mal 48 Stunden, die können hier einige Verwirrung stiften. Ich persönlich freue mich über diese Verwirrung, weil dadurch wird auch das Daytrading interessanter. Geht im Daytrading auf eine 5-Minuten-Ebene, da habt ihr mehr Spaß, als wenn ihr da in der Stunde unterwegs seid. In der Stunde kann das Ding 200 Punkte hoch oder runter gehen. Die Stunde ist zu langsam. Macht 5, maximal 10 Minuten. Also, Bänder auf, noch nicht oben drehend. Wir sind am, leicht außerhalb des unteren Bandes. Und die nächste Unterstützung, die ich habe, ist das 61, aber 14.509. Man hat mir jetzt am Wochenende versichert, es gibt noch bei 14.620 eine LJ-Marke. Kann ich nicht beurteilen. Ich verstehe von LJ herzlich wenig. Ich gucke da nicht so drauf, aber wurde mir mehrfach genannt. 14.620. Sollte diese 61,8 nicht halten, habe ich hier an dieser, ich glaube, die ist auch rot, gestrichelten, gedashten Linie, eine, ein Gap. Das war vom 3.1. auf den 4.1. Der Schlusskurs, 3.1. ist 14.181. Das wäre dann der nächste Punkt nach unten, wo wir Unterstützung finden könnten, sollten, müssten, dürften, machen werden. Bumm aus. Also das wäre für mich das maximale Risiko für die nächste Woche, egal was die FED beschließt oder egal was mit dem Kongress passiert oder mit der CSFP, wie auch immer. Aber damit muss ich rechnen, dass der kann hier runtergehen. Die Überschrift ist ja weiterhin kein Vertrauen. Und deswegen, der kann hier alles mögliche hin und her machen. Widerstände. Dieser Punkt hier, das Hoch von diesem Tag bei 15.272, das ist am 14.03., da sind wir hier, wird sich ab Montag verbinden mit der 20-Tage-Linie. Das ist eine ganz wichtige Marke, nach wie vor 15.272, die hatte ich neulich schon mal genannt. Wenn wir darüber gehen, überbieten wir nicht nur diesen Punkt, sondern auch die 20-Tage-Linie. Dann haben wir Platz, dann gilt die Krise als beendet, kurzfristig. Aber das ist auf jeden Fall ein fetter Widerstand. Unterstützung, wie genannt, die 14.733, die 14.509 und dann hier weiter drunter die 14.173. Deswegen, bevor ich jetzt zum Gold gehe, diese Scheine hier, ich habe die mehr oder weniger alle drin gelassen, angepasst auf die Basis und den Hebel auch. Aber ansonsten sind das fast die gleichen Scheine, oder es sind die gleichen Scheine, wie ich letzte Woche schon nannte. Ich habe einen 14.010er Call, einen 14.255er Call, der scheint jetzt weit weg zu sein, 16.043, aber ich habe das gemerkt auf der Invest, dass viele wollen einen geringeren Hebel haben. Und die 15.754 als Widerstand. Also das sind für mich die Scheine, die für mich in Frage kommen. Da muss man mal gucken. Bevor ich zum Gold gehe, es haben mich einige auf der Invest angesprochen, wegen des nächsten Webinars. Ich mache hier nochmal dieses Bild rein. Ich mache diesen Fünf-Funkte-Plan, was die Capital Markets Academy der Deutschen Börse so genannt hat. Am 1. oder am 2. April, ich nehme nicht viele Leute, ich will da nicht so viele Leute haben. Ich möchte es intensiv haben. Wir haben viel gelacht, wir haben auch auf der Invest viel gelacht, vor allem bei den Podiumsdiskussionen. Am 1. und 2. April ist das nächste Webinar. Könnt ihr bitte schauen auf schlegel-trading.com auf dem Reiter Seminar. Jetzt gehen wir mal zum Gold. Ich habe den alten Chart vom Gold rausgenommen. Da waren alle möglichen Linien hier und da. Letztendlich, worauf es mir ankommt, ist, wir haben dieses letzte Zwischenhoch vom 1. und 2. überboten. Und zwar fulminant. Rein vom Chart her gibt es jetzt eigentlich nur noch diesen Widerstand hier. Moment. Dieses Doppeltop hier bei, was war denn das? Moment, jetzt gucke ich mal hier. Das war am 08.03.2022. Also ein Jahr her. Das High war bei 2070,42. Es gibt ein kleines Zwischenhoch bei rund 2.000. Das Gold, ich hatte es neulich schon mal angesprochen. Das war fies zu handeln. Ich habe dann hier das gemacht, was ich gesagt habe. Ich habe dann hier gekauft bei 25 und bei 10. Lag dann unten drunter bei 95. Die habe ich nicht gekriegt. Und dann habe ich tatsächlich über der 47 am Freitagabend, gegen besseren Wissens. Weil am Freitagabend nach 20 Uhr kauft man kein Gold. Das ist so. Habe ich trotzdem um die, ich glaube es war um 18 Uhr oder sowas, habe ich gekauft, um die 50. Habe ich gefreut. Es ging dann weiter hoch. Tata. Und dann ging der, ich mache mal hier das Fadenkreuz raus, ging das Gold erst nochmal runter. Das hat mich völlig verwundert. Wir gingen runter bis 1.812 oder sowas war das. Ich bin dann gestoppt worden, weil das als Hinweis, wenn man vorne liegt, darf man nicht mehr verlieren. Also mein Schnittkurs war irgendwie um die 1.825 und dann habe ich, nachdem wir hier oben waren, den hochgenommen auf 35. Dann bin ich tatsächlich bei 35 gestoppt worden. Ich habe vomiert. Ich fand das nicht schön. Dann habe ich weiter hier unten gekauft. Ich habe es gerade einmal aufgeschrieben, bei 1.820 lag drin mit 0,5 nicht bekommen und mit 90 nicht bekommen. Also 0,5, äh 20 habe ich gekauft. Nachdem dieses Hoch hier überboten wurde, das war 1.800, ja so ganz grob 56, habe ich nochmal was dazu gekauft. Und der hat wehgetan. Ein Kauf auf einem neuen Hoch, nachdem wir das hier hatten, der tut weh. Der tut wirklich weh. Also vom Kopf her. Ich habe es trotzdem gemacht. Ich habe aber nur 50% der Position, die ich eigentlich machen wollte. Und dann geht das Ding hier so hoch. Und Freitag auf der Messe habe ich immer mal wieder auf meine kleine App geschaut. Guck, wie steht das Ding. Das ist schon eine fette Bewegung. Auch hier. Gold, Bänder gehen auf. Wir überbieten das letzte Zwischenhoch. Das ist nach wie vor positiv. 1.989. Das ist nicht weit weg von den 2.000 hier. Und ist nicht weit weg von den 2.070. Ich habe jetzt noch was. Aber, und da gehe ich jetzt mal um 4 Stunden Chart. Ich habe den Stopp hier drunter gelegt. Faden, Kreuz rein. Hier. Da ein bisschen drunter. Bei 1.950. Das ist 54. 1.950. Ich habe nur die Hälfte meiner Position. Oder was ich eigentlich machen wollte. Das war echt fies. Muss ich ehrlich sagen. Diese Bewegung hier war richtig fies. Also ich bin es jetzt weiterhin long. Ich glaube jetzt nicht, dass wir direkt hoch gehen auf die 2.070. Äh, 70. 2.070. Das sehe ich jetzt mal noch nicht. Aber je nachdem, was da für Meldungen kommen in den nächsten 48 Stunden, kann es passieren. Deswegen, ich werde den Stopp immer, wenn diese Kerze höher liegt als diese und schließe da, werde ich den immer weiter hochnehmen. Minus 1%. Also ganz grob mal. Minus 20 Punkte. Hier drunter. Jetzt warte ich halt mal bis Montag, was da passiert. Die Technik ist okay. Ja, die Bänder gehen auf. Also im vierten Moment, das ist der 4-Stunden-Chart im Tages-Chart. Moment, Tag. Hier. Bänder gehen auf. In diesem Fall für mich, weil sie nach oben rausgehen. Positiv. Dieses High ist überboten. Positiv. MACD positiv. Stochastik auf sehr hohem Niveau. Positiv. Man muss aber damit rechnen, dass es veratmet. Deswegen, jetzt möchte ich den relativ nah dran legen. Diesen Stopp. 1778. unter diesem letzten Zwischenlow, aber oberhalb der 200-Tage-Linie. Ich, nach wie vor, ich mag Gold. Ich gehe das auch nicht short. Deswegen nenne ich euch auch gar keinen Put. Wer noch long ist, sollte zumindest absichern oder aufmerksam bleiben, dass es die Gewinne, die angelaufen sind, nicht irgendwie nennenswert verloren gehen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye Bye.